hallo leute und damit willkommen zurück zu einem weiteren classic let's play und zwar um sie 2 mit dem x10 addon hier direkt jetzt gerade am wittenberg platz linie m29 wir haben umgeschildert und fahren jetzt quasi in die andere richtung so die innenansicht wechseln hier mitkommen wir haben noch eine halbe minuten zeit bis wir los müssen aber da hier keiner rumsteht kann es auch mal länger warten fahren wir los mich was hinter wäre das nächste müssen ein bisschen grüne welle hier heute europa center ist es denn das europa center jetzt jetzt hier weiter kommen mhm 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 hw mhm 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 ich hätte gerne eine tageskarte hallo gut mal weiter U-Bahnhof Kurfürstendamm. W-Bahnhof Kurfürstendammt. Weiter geht's. Die unten haben die unten immer wieder geholfen. Na toll. Hier kann eine Uhr aussteigen, aber wir haben eine 1.5 Minuten Zeit. Von daher bleiben wir kurz hier stehen. Die Tür genauer öppen lassen. Letzten Gerät im Bus. Das sehen wir aber wieder nicht. Eventuell nicht. Die Tür genauer öppen. Boah, fett der Scheiße. Der Pferd ist ja unglaublich. Der hat seinen Führerschein gewonnen. Nee, die Runde habe ich nicht in der Kunde gefunden. Hallo. Hallo. So, immer noch eine Minute. Aber dafür können langsam weiter. Und Schatz. Leiptreustrasse Hallo, guten Tag Einmal kurz stecken Eine Fahrkarte bitte Hallo Hallo Ich höre es gucken, was zur Haken aus wie ich Sind schon wieder 2 Minuten zu früh Oliva Platz Ich höre es Ich höre es Ich will fliehen. Hallo! Eine Tageskarte würde ich gerne. Also bevor ich hier alle erinnert, ich spreche mit dem Einfluss-Team. Ich brauche das Knöpfchen drücken. Ich drücke mir die Fahrkarten aus und gebe mir das Wechselgeld raus. Da müssen wir das Geld einstecken. Finde ich ganz praktisch. Gerade für so einen Mann, der Jäger ist tätig eigentlich. U-Bahnhof Adenauerplatz. Wir müssen, wo müssen wir, wir müssen geradeaus. Aber jetzt haben wir sie auch erhalten. Ja, sofort. Zack. Irgendwann ist das, soll ich hier anbremsen? Oh, monument. U-Bahnhof Adenauerplatz. Platz. Ist das doofel hier? Einmal kurz nach. Eine Kurzstrecke. Hallo. Eine Karte für eine Kurzstrecke bitte. Hallo. Wie meint der Vorschein? Hallo. Wie ist Lichter? Keine Lichter. Keine Lichter. Ich nehme die Lichter. Ich nehme die Lichter. Ich nehme die Lichter. Machen Sie das Licht noch mal, eine kurze Strecke bitte. Danke. Ich wisse auch an, was ich mit dir gehen. Ich wisse Licht an. So, Licht an. Wo kommen Sie jetzt davon? Zwei Licht an. Kurfürstendamm, Joachim Friedrichstränze. Nö, nö, nö. Diese undendbahnfahrgess. Bist du, das war es, ich habe ihn mit ihm zu verletzten. Zwei Euro-Berobiet sind mit ihm zu verletzten. Ich habe ihn mit ihm mit ihm geschlagen. Ich mache ihn mit ihm, was ich zu Hause ist. Ich habe ihn mit ihm zu verletzten. Das war nicht gut. Keine Bank muss ich sagen. Der schlechteste Busfahrer von ganz Berlin. So, ich war an der falschen Seite. S-Bahnhof Halensee. Ich war an der falschen Seite. Das noch. Einmal normal. Ich war an der falschen Seite. 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 Ich habe an der falschen Seite gesehen. Rathenau Platz Was ist das von hier, oder? Das ist tatsächlich von hier Na, Oma will sie mitfallen Oma will nicht mitfallen Oma will nicht mitfallen Boah, was ist das denn jetzt hier? Was ist das denn? Schmauz wieder auf die Medienplätze Keine Grün Grün Gibt hier auch kein Grün Jetzt gibt's drei Bissmark Platz Ich hoffe, wir sind hier richtig Aber es ist jetzt nicht Ehm, jetzt wird sie durchschrauben Also gut, es ist jetzt nicht richtig Hier ... ... Weitere sind die alleinig, wir überleiten uns, wir sind im 29. Lünastrasse Lünastrasse Eintrachter 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 Oh, das wird schon wieder so eine lange Folge Eintrachter 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 Wir sind schon wieder 2,5 Minuten zu früh Das ist auch wieder nicht gut Ich hab noch nicht mal die Haltestellung gesagt, er könnte schon aussteigen Oder steigen, der kennt sich ja aussichtlich Das wird schon wieder so eine lange Folge JOSEPH JOACHINPLAZ Eintrachter Eintrachter Wir warten noch kurz, wir haben ja noch, sind ja noch zu früh ran. Aber jetzt sind die Türen mal schon zu, dann sind wir zu kurz im Wasser. Was steht hier vorne los? Teplitzer Strasse. Schlitz! S Kristin, hier ist es. Was? Können wir mitfahren? Oh Scheiße. Mir soll's egal sein. Im 29. Buscar aus. Das sind wir also von Neuerhaus. Rosenegg. Endhaltestelle. Sie können noch bis zur Betriebshaltestelle mitfahren. Nach der Seite freundlich. von Neuerhaus. Die Ereignisse in der nächsten Zeitung. BVG Freitag sind wir das Sie können noch bis zur Betriebshaltestelle mitfahren Da sind wir ja schon Nochmal stehen wir jetzt draußen dran hier Es endet hier ja Und als der Bus hier endet Dann sind wir fertig Und Ich hoffe es hat euch gefallen Ich hoffe es hat euch gefallen Lasst einen Daumen da Wenn ja Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit Ihr könnt den Kanal gerne liken Also abonnieren Oder teilen Oder Ja weiß ich nicht Aufwissen Was euch Spaß macht Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal